Hallo liebe Fußballfreunde, Bayerische Duell 68 München, Thema 2. Bundesliga 2014-2015, 6. Spieltag, Bayerische Duell 1860 München gegen FC Ingolstadt 04, Ergebnis 1-1. Startelf, 1860 München, Oldraga, Merino, Anka, Ankemeyer, Schindler, Vekovic, Votakovicag, Stach, Sanchez, Baytia, Leonardo, Ramon, Okati, Startelf, FC Ingolstadt 04, Bis dann, da kostet ja, Matip, Übenach, Danilo, Socharis, Holger, Graus, Das war's von 1860 München gegen FC Ingolstadt 04, 23.56 Uhr. Satelfont caniert, är 19ический damn child, Motion wird slisationer undvetteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigteigte